Single-Dasein ist einfach ein Lifestyle geworden. Alle denken, ja, könnte ja noch was Besseres kommen. Ich weiß nicht, wie lange ich das so machen kann. Genieß doch einfach mal dein Single-Leben. Was ist das Problem? Es geht mir gut. Es geht mir eigentlich immer gut. Es geht mir gut. Hey, das war meins. Ey, was ist denn falsch mit euch Typen? Gentlemen-mäßig und so? Sag mal, was ist denn eigentlich falsch mit euch Frauen? Ihr dreht dieses Feminismus-Ding immer so, wie es gerade passt, oder was? Er zahlt Feminismus und so. Sag mal, bist du mich verknallt, oder was? Nee. Vielleicht wollen wir doch mal vögeln. Willst du was trinken? Nee, so viel Zeit hab ich gar nicht. Was machst du denn da? Ich darf, das findest du voll gut. Nee. Sorry, hab ich dich verwechselt. Ciao, ciao, ciao. Waren wir verabredet? Ist schon komisch, dass es scheinbar leichter ist zu vögeln, als mit jemandem Asiabuch zu essen. Es gibt doch noch Leute, mit denen es ist leichter, Asiabuch zu essen, als zu vögeln. Weißt du, was ich an Pistazien so liebe? Dass man sie sich erst verdienen muss. Wie lange hat ihr denn zusammen? Gar nicht. Du hast ihr gesagt, dass du in sie verliebt bist. Und sie hat dann so nö gesagt, oder wie? Ich bin doch kein Idiot. Ich hab ihr natürlich nicht gesagt, dass ich sie lieber. Müsse ich auch nicht. Wenn sie nicht nö sagt. Siehst du das? Also, ich sehe da nichts. Vielleicht können wir uns mal wieder zum Sex treffen. Nee, garantiere nicht. Nur nicht, dass sich noch jemand verliebt. Wie sind wir? Normals. Aber ich glaube, sie ist nicht da. Der Typ ist von RBV! Dayton ist das neue Endstadium. Danach kommt nichts mehr. Dann bist du ja trotzdem alleine. Ich hab bloß, du hast noch nie geliebt. Ich hab schon längst mit dem Schluss gemacht. Warum das denn? Der war voll die Klette. Und der wollte die ganze Zeit nur was mit mir allein machen. Das ist doch super süß. Oh Gott, ist das süß, ey.